Das hat Ulle Schaus von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, wirklich die Gespräche jetzt auf vier Minuten einzustellen. Das schafft jeder. Dann kann nämlich die Kollegin auch so sprechen, dass sie sie alle verstehen und dann geht es zur namentlichen Abstimmung. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank nochmal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Kultur braucht eine solide finanzielle Grundlage. 1,4 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Das klingt zunächst gut, aber das Geld allein macht eben noch keine gute Kulturpolitik aus. Frau Kulturstaatsministerin, in Ihrer letzten Haushaltsrede haben Sie das Thema Flucht selbst in den Mittelpunkt gestellt. Kultur ist Brückenbauerin und Türöffnerin und die aktuelle Situation ist nicht nur eine politische Herausforderung, sondern vor allem auch eine kulturpolitische. So weit, so gut und einverstanden. Umso unverständlicher ist es aber, dass Sie unsere Initiativen für wichtige Projekte und Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe von Geflüchteten abgelehnt haben. Notwendige zusätzliche Mittel für kurz- und langfristige Projekte sind so auf der Strecke geblieben. Und auch vor allem fehlen Antworten auf die Frage, wie ermöglichen wir, nachdem die erste Nothilfe geleistet ist, eine nachhaltige kulturelle Teilhabe für alle Geflüchteten. Und zwar nicht nur für diejenigen, die aktuell zu uns kommen, sondern für alle, die viele Jahre und sogar Jahrzehnte hier leben. Frau Grütters, hier fehlen mir entsprechende Konzepte aus Ihrem Haus und die ausreichenden Mittel außerdem. Und hier reichen auch die zur Verfügung stehenden Mittel für die Kulturförderfonds alleine nicht aus. Es braucht statt vieler schöner Worte vorausschauende Konzepte. Die von uns geforderte und längst überfällige finanzielle Stärkung der Bundesvereinigung Soziokulturelle Zentren geht zwar in die richtige Richtung, das ist aber nur ein erster kleiner Schritt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Liste der fehlenden Taten und Antworten ist noch nicht zu Ende. Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung hat bereits seit einem Jahr keine Direktorin bzw. keinen Direktor mehr. Aus dem wissenschaftlichen Beraterkreis hagelt es Rücktritte. Und Anfang November erreicht uns die Nachricht, dass Professor Winfried Halder nun für diesen Posten doch nicht mehr zur Verfügung steht. Ich sage Ihnen, gerade angesichts der aktuellen weltweiten Krisen und der Flüchtlingssituation vor allem nach Europa ist es umso wichtiger, die Stiftung als Chance zu verstehen und die Aktualität ihres Themas zu erkennen. Gerade jetzt könnte die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ein wichtiger Ort des Dialogs und der Aufklärung sein. Dafür darf sie allerdings keine nationale Nabelschau betreiben, sondern muss Flucht und Vertreibung als universelles Phänomen verstehen. Erinnerung kann ein Schlüssel für Empathie sein. Dafür braucht es allerdings eine ernst gemeinte konzeptionelle Aufstellung und keine Besetzungsquerelen, die Ihnen und Ihrem Haus wiederholt aus dem Ruder laufen, Frau Grütters. Zu TTIP und dem wichtigen Schutz der kulturellen Vielfalt nur so viel. Wenn Sie schon ein Positionspapier zu TTIP zusammen mit Minister Gabriel verfassen, dann packen Sie es nicht voll mit Versprechungen, die nicht untermauert sind. Wir können erwarten, dass Sie sich mit Kommissarin Malmström abstimmen und uns keine Placebos hier vorsetzen. Hier brauchen wir endlich ein ernst gemeintes Handeln der gesamten Bundesregierung. Und zu guter Letzt, Frau Grütters, das Ende des Schwabiger Kunst und des Taskforce haben Sie verkündet. Aber aufgeklärt ist noch längst nicht alles. Nur zwei Gemälde aus der umstrittenen Kunstsammlung sind bislang zu ihren rechtmäßigen Besitzerinnen zurückgekehrt. In hunderten Fällen ist die Recherche noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche Ansprüche von möglichen Besitzerinnen liegen der Taskforce noch immer vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine verantwortungsvolle, eine vorausschauende Bundeskulturpolitik sieht anders aus. Viel verkünden, aber wenig planen. Das müssen Sie ändern. Vielen Dank. Vielen Dank.